Storojet Weitläufige und hochdimensionierte Lagerregale sind ineffizient in der Raumnutzung und in der Ressourcenplanung. Oft schwer erreichbar, was Pickzeiten, Fehlerquote und Verletzungsgefahr erhöhen. Dazu ist die Anschaffung mit hohen Investitionen verbunden. Storojet ist das weltweit erste mehrstöckige automatisierte Flächenregallager und die innovative Systemlösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Das System ist modular konzipiert und lässt sich maßgenau an den Bedarf ihrer Lagerkapazität und der gewünschten Pickleistung anpassen. Erweiterungen sind jederzeit möglich, auch im laufenden Betrieb. Optional können Sie Storojet mit anderen Produktionsabläufen verbinden. Durch den Warenzugriff von oben ist auch eine Vollautomatisierung möglich. Pickstationen können logistisch optimiert in der Halle verteilt werden. Mit effizienter Raumnutzung, höchster Packungsdichte und optimierten Wegen. Storojet reduziert Pickzeiten um bis zu 80%. Die Ebenen des Lagersystems sind über leistungsfähige Aufzüge miteinander verbunden und die energiesparenden Roboter orientieren sich über eine Kodierung im Boden. Komplett autonom, ohne Schienen, finden Sie immer den richtigen Warenträger. Über das System wird der Auftrag ausgelöst. Wartezeiten an den Pickstationen entfallen. Die Roboter stehen immer bereit. Das Pick-by-Light-System erleichtert die Entnahme und minimiert die Fehlerquote. Bei Storojet bilden Roboter und Warenträger ein perfektes Team. Die Warenträger können auf einer Basis von 50 cm Breite und 50 bis 90 cm Länge komplett individuell gestaltet werden. Dadurch können Sie die unterschiedlichsten Produkte effizient lagern, transportieren und kommissionieren. Kleinteilig oder groß, homogen oder heterogen. Das Ergebnis ein hochoptimierter Ware-zu-Mensch-Fluss. Storojet ist Lagerlogistik in einer neuen Dimension. Clever durchdacht, modular konzipiert und konkurrenzlos günstig für Qualität made in Germany.